Das letzte Lied, was wir heute sehen möchten, ist eine Reise durch die Welt. Das sind ganz wunderschönliche Lieder, ganz wunderschönliche Sprachen, die da auch vorkommen. Wir fangen mit einem sehr, sehr berühmten jüdischen Lied. Wir fangen mit einem sehr, sehr berühmten jüdischen Lied. Wir fangen mit einem sehr, sehr berühmten jüdischen Lied. Wir fangen mit einem sehr, sehr berühmten jüdischen Lied. Wir fangen mit einem sehr, sehr berühmten jüdischen Lied. Wir fangen mit einem sehr, sehr berühmten jüdischen Lied. Wir fangen mit einem sehr, sehr berühmten jüdischen Lied. Wir fangen mit einem sehr, sehr berühmten jüdischen Lied. Wir fangen mit einem sehr, sehr berühmten jüdischen Lied. Wir fangen mit einem sehr, sehr berühmten jüdischen Lied. Wir fangen mit einem sehr, sehr berühmten jüdischen Lied. Wir fangen mit einem sehr, sehr berühmten jüdischen Lied. Wir fangen mit einem sehr, sehr berühmten jüdischen Lied. Wir fangen mit einem sehr, sehr berühmten jüdischen Lied. Wir fangen mit einem sehr, sehr berühmten jüdischen Lied. Wir fangen mit einem sehr, sehr berühmten jüdischen Lied. Wir fangen mit einem sehr, sehr berühmten jüdischen Lied. Очень черные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать, увидев вас, я в недолго рычать. Подойди ко мне, ты не нравишься, поцуй меня, не нравишься, поцуй меня, подым я тебя, подым вместе мы просу и с нами. Очень черные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать, увидев вас, я в недолго рычать. Скатерть белья за рекамином все кусались, скатерть белья с проработанным сыном. Решатинский пьет шампанское, он заочи пьет за цыганские. Очень черные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать, увидев вас, я в недолго рычать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Noch eins. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.